Schaden Viagra oder ähnliche Mittel eigentlich meinem Herzen? Nein, das tun Sie definitiv nicht. Trotzdem würde ich Sie bitten, wenn Sie ein Herzpatient sind und Medikamente für Herzkrankheiten einnehmen, dass Sie vorher mit Ihrem Arzt darüber sprechen. Es gibt einzelne Medikamente, die in der Herztherapie eingesetzt werden, die bei gleichzeitiger Einnahme mit Viagra oder ähnlichen Mitteln zu erheblichen und damit auch potenziell lebensbedrohlichen Komplikationen führen können. Und deswegen bitte ich Sie, konsultieren Sie in diesem Falle vorher Ihren Arzt. Vielen Dank.